Ich schlaue noch, lieber Seen, du Jörg. Hamburg, die Musical-Metropole in Deutschland, nach London sogar die Nummer 2 in ganz Europa. Aber wer von Ihnen hätte gedacht, dass im mecklenburgischen Parchim ebenfalls Musical-Luft durch die Straßen weht. Wir waren mit Michael Rohde und Heiko Linnert in den Lagern von Stage Entertainment unterwegs und haben uns Bühnenbilder und Kostüme angeschaut. Ah, Micha, da bist du ja schon. Grüß dich. Hallo, komm rein. Unser Garten zum Raten. Extra für dich haben wir was vorbereitet. Kennst du den? Der kommt mir bekannt vor. Welche Musical war der nochmal? Phantom der Oper. Anfangsszene, wenn es losgeht. Die große Auktion und der Affe, der die Zimbeln schlägt. Und dann geht es rein in die große Show und ab dann wird nur noch gesungen. Wir haben ja hier aus ganz Europa von Stage-Produktionen eingelagert und den haben uns die Franzosen geschickt zur Aufbewahrung und zum gut drauf aufpassen. Wir haben ihn heute nochmal rausgeholt, damit er auch mal ein bisschen das tolle Wetter genießen kann. Hallo. Ach, Heiko, grüß dich. Wir stehen ja hier in deinem Garten zum Raten, wie du das so schön sagst. Das sind auch alles Reste, Miracle, Requisiten und Bühnenbilder, die zum Teil zum Wegschmeißen einfach zu schade waren. Da wollte ich lieber so einen schönen Garten haben, der außergewöhnlich ist. Hier mit dem Wirtshaus, was in jeden Biergarten reinpassen sollte, von Die Schöne und das Biest. Das ist tatsächlich aus Wunder von Bern und da steht es bereits seit fünf Jahren hier drauf. Da haben wir noch aus Tanz der Vampire eine Figur. Der stammt tatsächlich auch aus Die Schöne und das Biest. Das musste leider Gottes aus Platzgründen weichen und den habe ich aber behalten. Du bist ja der Herrscher hier über all diese ganzen Requisiten, die werden wir ja nachher gleich noch sehen. Wie viel Vorführung oder wie viel Bühnenbilder, Kostüme aus wie viel Vorführung hast du liegen? Das wechselt ja immer wieder mal, dass wir Sachen reinbekommen und dann auch wieder rausgeben. Aber wir haben zurzeit so zwölf Bühnenbilder hier komplett liegen, die sozusagen spielbereit sind. Wir haben etwas über 6000 Quadratmeter Hallenfläche, also überdacht, überheizt und halt ein großes Außengelände, um Sachen auch zu lagern oder halt auszusortieren. Also hier in Parchen muss man sagen, das Gelände ist wie für uns geschaffen. Also gerade auch Kostüme sind, da haben wir sehr viel. Das meiste ist verpackt in Kartons, kann ich euch dann schlecht zeigen, aber einige Sachen sind auch ausgepackt. Da kann man mal einen Blick drauf werfen, wie aufwendig das alles geschneidert ist. So, wo sind wir denn jetzt hier? So, hier haben wir wenigstens mal was zu gucken. Viel ist hier eingepackt, aber hier haben wir Kostüme aus Sister Act. Du erinnerst dich, die Barsängerin, die flieht und im Kloster unterkommt und das Kloster aufmischt. Und je professioneller sie werden, desto toller wird auch ihr Outfit. Genau, und da haben wir eine ganz tolle Szene am Ende des ersten Aktes. Eigentlich sind die ja so schwarz und dann haben die aber in so einem ganz tollen Trick hier so Talare. Und dann drehen die sich so geschickt, wie es gemacht worden ist, das habe ich nie verstanden. Und dann haben die das hier. Also meistens sind die Hauptrollen so vierfach besetzt, weil es ja mal einer krank, ist ja mal einer im Urlaub. Dann müssen die Kollegen ja einspringen und spielen und die sind natürlich nicht alle gleich groß. Und deswegen kriegt jeder immer sein ganzes Kostümset, Perückenset. Alles wird dann irgendwie für die Hauptrollen vierfach gemacht. Und das ist natürlich auch, da haben die Kollegen aus der Kostümabteilung richtig was zu tun. Und das ist auch alles richtig, denn Maß geschnallt auf die... Ja, ja, klar. Und wenn da ein Kostwechsel ist, so nach einem Jahr, können die Darsteller hier entscheiden, dann geht es dann wieder von vorne los. Und zunehmen darfst du auch nicht, ne? Da kriegst du Ärger. Richtig. Oh Mensch, lass mich raten, das könnte Rocky sein hier, ne? Jawohl, ganz richtig. Glitzer geht auch bei Jungs. Und zwar viel Glitzer. Und das ist richtig schwer. Wenn du es mal hier hebst, das ist richtig... Oh ja. Da sind Kostümdesigner dabei, ja? Genau, das sind also Originalentwürfe, die die gemacht haben. Und da haben die auch ihre Rechte dran. Und wenn du die Produktion einsetzt, müssen die Kostüme auch wieder so sein, wie sie damals waren. Bis ins Detail. Bis ins Detail. Und dann kommen die auch und gucken. Natürlich kann es mal sein, wenn du jetzt eine Show spielst, die 20, 30 Jahre spielt, dass du nicht mehr in die Stoffe rankommst. Dann musst du eben gucken, dass du dich da möglichst eng ran robbst und was findest, was irgendwie ähnlich aussieht. Ich bin Polo Creep. So, und hier rechts, nicht, dass du glaubst, das ist der Todesstern. Bei weitem nicht. Das ist der Mond von Mama Mia. Der kommt in so einer romantischen Szene ganz am Ende runtergefahren. Ist ein riesiger Hingucker, weil der auch riesengroß ist. Das ist ein Achtel des Mondes. Das sind lauter LEDs und da kommt dann eine Folie davor, damit man auch schön das Gefühl hat, dass es irgendwie der romantische Mondlicht ist. Genau, und wenn wir noch hinten reingucken, da sehe ich doch auch schon was Schönes aus Mama Mia. Und zwar gibt es eine Strandbar, eine kleine, in einer wichtigen Szene. Und die haben wir hier. Und wie sich das gehört für den Urlaub. Du hast einen schönen Schirm. Guck mal, sogar die Zitronen sind noch. Das ist doch ein Plätzchen für eine Pause. Ja, genau. Kann man hier auch ein Erdnuss in der Schuhe? Ein paar Nüsschen, da bleibt alles hier. Sogar die Kronkorken sind angeschweißt hier. Ja, weil du musst dir vorstellen, wenn es auf der Bühne ist, das wird ja dann weggeschoben. Da darf ja nichts irgendwie auf die Bühne fallen. Deswegen ist hier alles, selbst die Strohhalme sind justiert. Das muss mal abgestaubt werden. Aber das kriegen wir hin. Dann sind wir nämlich im Herbst wieder in Hamburg zum großen 20-jährigen Deutschlandjubiläum von Mama Mia. Hier wird es ja schon ein bisschen pompöser, so die Kronleuchter und die Figuren. Das sind die Fragmente von Phantom der Oper. Okay. Das, was sie uns aus Paris noch geschickt haben. Wo die hier unten in der Gruft mit dem Kanu gefahren sind? Genau. Diese Kerzenständer? Da hinten ist der große Kronleuchter, der oben von der Decke runtergestürzt ist gleich in der ersten Szene. So, hier sind wir jetzt bei New York angelangt. Ja, die Koffer, ne? Koffer, ein ehrenwertes Haus mit 66 Jahren. Ich war mal in zwei Vorstellungen von diesem Stück. Und ich hatte das Gefühl, das eine war kleiner, kompakter, das andere war ja... Wir haben tatsächlich verschiedene Bühnenbilder, weil für unsere mobilen Sachen oder on Tour würden diese ganz großen Produktionen gar nicht reinpassen. Also die kriegt man da noch nichtmals durch die Türen im Deutschen Theater in München oder so würde man dieses Riesenschiff gar nicht reinkriegen. Deswegen haben wir hier auch eine kleinere Version, die wir als Tour-Set spielen können. Schafe verlassen hier die Bühne, aber ich habe noch was für dich. Apropos Schafe und Tiere. Guck mal, was wir hier hingelegt haben. Ohne Paillette, ohne Glamour, einfach nur rohes Fleisch. Ja, und jetzt willst du auch mal abboxen, ne? Klar will ich da abboxen. Zeig's uns, Rocky! Hey! Meine Hände hier nochmal ein bisschen frottieren nach den Boxen, aber das war ja eine tolle Runde hier, durch die Hallen durch, jede Menge gesehen, schöne Erinnerungen gehabt. Vielen, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht. You're welcome. Gerne. Wir freuen uns auf die nächsten Vorführungen. Alles klar. Wir sehen uns im Theater. Wir sehen uns im Theater. Wir sehen uns im Theater. Vielen Dank.